Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Ich bin der Langster und freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wir legen jetzt mal sofort los. Wir trödeln gar nicht so lange rum. Wir haben den Mord hier in der Eingangshalle aufgelöst. Das habt ihr natürlich im letzten Part gesehen, darum müssen wir da jetzt nicht so viel drauf eingehen. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg weiter hinein. Denn Ethan sollte ja durchs Wasser gehen. Das hat ihm der Vater zumindest gesagt. Und jetzt gucken wir mal, was es damit auf sich hat, gell? Was war denn hier? Müssen wir jetzt hier weiter oder was? Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, wir gehen erst mal runter, oder? Was denkt ihr? Oh, was ist hier? Oh, 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 da haben wir fliegende Steine gefunden. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, weiter geht's. Gut, dann gehen wir erst mal runter. Obwohl, das ist eine Mine, ne? Runter heißt immer Progress. Fortschritt. Weiter. Na egal, wir gucken mal. Oh, meine Fackel ist langsam leer, oder was hier? Was ist das denn? Tut das Not, dass das hier so flackert? Mr. Carter? Ich weiß, dass Sie hier sind. Ich suche Ihren Sohn. Wo sind Sie? Oh, mein Gott, jetzt geht's aber tief. Weiß gar nicht, ob ich so weit runter wollte. Das ist aber mal gut hier. Also, wenn jetzt noch eine Treppe kommt, dann gehe ich wieder hoch, ne? Okay, wir gehen noch eine runter. Aber wenn da noch eine kommt, dann gehen wir wieder hoch, ne? Weil das ist jetzt zu tief. Das ist eindeutig zu tief. Also, eine geben wir jetzt noch. Und dann gucken wir noch mal, was dann passiert, ne? Weil das ist jetzt schon ganz schön tief. Also, in den Nebel gucken wir jetzt auch noch mal rein. Also, eine, eine gehen wir noch runter. Oh, jetzt ist aber gut, ne? Oh, wir müssen jetzt noch mal richtig lesen hier. Warte mal, was für ein Ritual denn? Siehst du diese Warnung, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung, ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung, bleibt das Seemonster verschlossen. Hä? Oh ja, dann lass mich mal raus hier. Warum geht denn das nicht? So. Das Seemonster. Okay, dann gehen wir doch erst einmal rechts in diesen großen Raum. Einmal rechts und dann zweimal links. Das ist jetzt aber schon ein bisschen unheimlich hier, ne? Das muss man jetzt schon mal sagen. Aber wieder sehr stimmungsvoll. Gefällt mir. Alter. Loll. Wow. Loll. Was ist das denn jetzt? Das ist das Seemonster wahrscheinlich, wa? Ich renne da jetzt vorbei. Ach, der ist ganz da. Da sieht man mal wieder die Professionalität meines Hauptcharakters, ne? Er ist wieder mal nicht bewaffnet. So, warte mal. Jetzt muss ich rechts, ne? Okay. Und jetzt gut. Ich reine. Ich reine. Sie beendet. Ich reine. Dannات das schon mal. Pieroups icon. Ich reine. Komme ich hier jetzt auch lang? Ja, ne? So sieht es aus, als kommt der gar nicht. Ich probiere es nochmal. Ich traue mich. Guck, der ist gar nicht mehr da. Jetzt muss es hier irgendwo reingehen in diesen Raum. Ach du Scheiße. Da liegt eine Leiche. What the fuck? Was geht hier ab? Das sieht aus wie das Vieh, was mich gerade gekillt hat. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeit hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig Waren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. What the fuck? Was ist das? Oh, jetzt wird es aber hier ganz schön strange langsam, wa? Sieht aus wie ein Stargate oder so, lol. Was geht hier ab? Hallo? Ich kann tote Menschen sehen. Ach du Scheiße. Jetzt komme ich hier aber nicht mehr raus, oder was? Lol. Ach so, einfach weggehen. Ne? Lol, lass mich hier weg. Lol, ich habe doch gar keine Ahnung, wie das jetzt geht. Ach so, verlassen. Alles klar. Gibt es hier irgendwie einen Code? Ne, ne? Da weiß ich jetzt noch nicht weiter. Muss ich noch einmal runter? Soll hier bestimmt die Gänge ablaufen, ne? Bedeutet, wir gehen jetzt erstmal links rum, dann haben wir hier nämlich schon den den Gang außen rum quasi erledigt. Hallo? 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 Na komm, gehen wir mal hier außen rum. Na, erst mal machen wir Amen. Amen. Ah, jetzt stehen da wahrscheinlich zwei untote Geister, ne? Die helfen mir wahrscheinlich. Okay. Okay. Jetzt müssen wir schon nochmal da unten gucken, ne? Das heißt, ich gehe jetzt ganz zurück. Wir laufen den Weg außen rum, quasi. Da vom X gehen wir nach Westen. Süden, Westen, Süden, Osten, Süden, Westen, Süden, Osten, Norden, Norden. Okay, los geht's. So, haben wir jetzt im Schnelldurchlauf. Äh, warte. Hier. Ne, warte. Hier. So, jetzt eher rechts rum. Hä, bin ich jetzt schon... Bin ich jetzt zu weit im Süden gewesen, oder was? Jetzt bin ich verkehrt rumgelaufen, ne? Hier liegt noch einer? Ne. Scheiße. Hä, irgendwas habe ich jetzt verkehrt gemacht, gell? Weil, irgendwie ist das gerade komplett schiefgelaufen. So, jetzt bin ich richtig. So, jetzt bin ich nicht verkehrt. graveyard. daqui muss man mal nachbrem John��in, hä, was gibst kann man da как beliefraote? Also können wir auf diese 풍ime haben wir versuchen. Dann kann ich ihn trotzdem rumble 용ne zusammen, So, da ist der Ausgang. Jetzt gehen wir noch einmal hier rum und zwar so rum. Der Untote ist schon wieder weg. Also der scheint wirklich zu spawnen und zu despawnen und nicht wirklich hier rum zu wandeln. Aber ist okay, ne? Ist okay. Scheiße, wo ist er jetzt? Da hinten. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Scheiß drauf. Müssen wir überlegen. Hier müssen wir noch rum und jetzt müssen wir probieren es jetzt mal ohne Karte. So, jetzt müssen wir hier rum. Gehen wir hier rum, ist leichter. Okay, ich habe auf die Karte gelungen. Ich habe es verbockt. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Scheiße. Fehlt da noch was oder nicht? Ich glaube, da fehlt noch was. Mir fehlen zwei Zeichen. Ich kriege doch das Tor nicht auf ohne die Zeichen. Lass uns gerade noch mal auf eine Karte gucken. Aber ich war doch jetzt überall oder nicht? So, hier geht es, glaube ich, zum Ausgang wieder, ne? Hier müsste doch jetzt irgendwo die Karte sein. Nein! Nein, 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 nein. Oh, ich habe mich voll erschrocken da. vielleicht gehen wir doch nochmal die Runde hier das ist das einzigste da ist auch der Untote jetzt zweimal erschienen vielleicht will der mich ja irgendwie davon abhalten aha siehst du hier ist ja noch eine Leiche wenn wir jetzt noch eine Leiche finden wir das genial ja 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 ich habe gedacht ich habe es versaut weil ich zu ihm hingelaufen bin aber ich glaube der ist gerade verschwunden ne oh mein gott warte mal lass noch mal schnell den Zettel lesen warte hier rum da hinten naja da sind wir auch schon ja das wird keine sechste Leiche geben das letzte müssen wir wahrscheinlich ausprobieren oder das ist ja dann nur trial and error das kriegen wir schon hin komm schon ich habe keinen Bock mehr hier auf diesen blöden Untoten ach guckt mal da oben warte mal ich male mir mal das Symbol da gerade auf was wir da sehen das ist so eine Art nicht ganz geschlossene 0 und das ist ein M so 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 So. So. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist wie ein Strudel. So. 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 Alles klar. Nice. Okay. Dreieck, ja, hatten wir. Okay, was haben wir als nächstes? Da haben wir die Raute. Die Raute ist hier. Das Eurozeichen, gell? Jetzt haben wir es. So. Jetzt haben wir den Stern. Da ist der Stern. Das ist Hammer und Sichel, sagen wir uns mal. Hammer und Sichel. Was sieht aus wie Hammer und Sichel? Das da, ne? So. Jetzt haben wir Viereck. Viereck ist so ein Z. Was ist das Z? Da. Dann haben wir Dreieck. Dreieck ist auch ein... Ah, es gibt zwei Dreiecke. Und zwar haben wir da unten Dreieck nach unten. Aber das haben wir hier nicht. Also muss das M bleiben, oder nicht? Viereck. Viereck ist doch richtig. Kreis. Kreis. Kreis ist ein Z. Ach so. Kreis ist ein Z. Ach so. Warte mal. Kreis ist ein Z. So, der Stern. Der Stern. Der Stern. Hilfe. Hilfe. Oh Gott, wir werden nur trinken. Lol. Boah, was ist denn das? Alter, guckt euch das an. Uh, was ist das? Hilfe! Alter. Was geht denn hier ab? Boah. What the fuck? Ist das der Schläfer oder was? Ah, guck mal, ich kann hingehen. Da gehen wir mal hin. Oh, ist doch ein wunderschönes Bild. Muss ich nochmal ein Bild machen. Aber was ist denn jetzt hier schon wieder? Alter, ein Riesenkraken hier neben mir. Was, was soll ich tun? Ey, wie mich das gerade flasht, Alter. Warum ist denn hier... Das müssen wir so auch nochmal. Der Fluch des Seemonsters. Das henokische Necronomikon, die Eisenerz-Bergarbeiter, haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf dieser Welt entfesseln würde und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Elddown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Okay, das war also der Untote dann. Ethan, ich habe gesagt, du bleibst raus. Gott sei Dank, es ist gefährlich in hier. Ich werde deine Geschichte später lesen. Okay? Und ähm... Bitte sagst du nicht, dass ich in hier bin. Okay? Okay, jetzt gehst du. Geh zurück. Ja... 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 Bitte um Stellungnahme, sehr geehrter Mr. Carter. Das amerikanische Patent- und Markenamt hat ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen. Indem sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb ihr kürzlich eingereicht das Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über vier Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gerne als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Mackie, Verwaltungsdirektor. Patent, aha. Aber was denn? Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Ich glaube, da geht es dann weiter. Ah, das fand ich aber wieder strange. Haben wir das jetzt eigentlich wirklich erlebt oder war das nur eine Vision? Guckt mal, das Tor ist ja eigentlich verschlossen und eigentlich kommt man da gar nicht durch. Und doch haben wir gesehen, was da unten ist. Aber das wurde so kryptisch wie da unten ein riesen Seemonster. Alter, ich kann das alles noch nicht so richtig ordnen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich muss das, glaube ich, erst mal sacken lassen. Ich bin schon gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ach, scheiße. Ich muss ja auch langsam wieder Schluss machen hier. Oh, Menno. Okay, hier ist auch Schluss. Bala. Oh, jetzt ist aber dunkel. Oh nein. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Oh nein. Oh, geil. Weil hier können wir jetzt Pause machen, weil hier ist bestimmt schön warm. Scheiße, darf ich hier durch? Das sieht schon ein bisschen giftig aus und heiß, ne? Ich kann auch nicht rennen oder so. Ich habe hier gerade echt üble Frames. Wenn man hier ins Wasser pisst, merkt das keiner, oder? Oh Mann, ich bin so ein Arsch. Oh, das ist dann wie im Freibad, dass, wenn du ins Wasser pisst, dann hast du so eine blaue Wolke um dich herum, weil da irgendeine Chemikalie drin ist, die erst bei Urin sich blau färbt. Ich kann zwei Formen hier im Rettkrieg-Valleyen fühlen. Die erste, die du in und mit keinem Glück kamst du aus. Aber die andere Schmerz war deeper, stickier, unknowbar. Und sie wollte mich, zu gehen. Niemals. Jetzt sind wir schon so weit. Jetzt wollen wir Eason auch finden, oder nicht? Okay, Leute. Wir sind wieder raus. Ach, guck mal, wo wir sind. Ach, geil. Geil, sind wir hier unten am Staudamm. Ja, das ist ja cool. 1901 errichtet. Nun gut, aber wir machen jetzt mal Schluss. Ja, schreibt mir eure Meinung zu dem Part. Wir verstecken uns hier hinten so ein bisschen, gell? Dann findet uns keiner. So. Gut versteckt hier, ne? Ist ein bisschen wie bei Daisy. Warten jetzt, bis jemand kommt. Und dann machen wir Shoot und Zeit, ne? So, egal. Ja, schreibt mir eure Meinung. Freut mich. Und, äh, lasst mir ein Like da, wenn ihr wollt. Und, äh, schaltet zur nächsten Folge wieder rein, wenn ihr wollt. Ne? Oder eben ein Video auf meinem Kanal. Wie immer, wisst ihr ja. Und natürlich gibt es auch wieder einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht von mir. Und, äh, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Das war's von mir. Bye, bye. Euer Längster. Und, äh, macht's gut.